Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Vor kurzem machte ein Handwerker von sich reden, weil er in seinem Betrieb am Bodensee die Viertagewoche eingeführt hat und seitdem mehr Bewerbungen bekommt, als er Ausbildungsplätze hat. Viertagewoche flexibles Arbeiten, es sind neue Zeiten auf dem Jobmarkt, das ist klar. Überall, wir haben das heute schon mehrfach angerissen, fehlen Leute, aber was heißt das nun konkret? Für Ausbildung und Weiterbildung im Fachhandwerk, wie wird die Branche fit für 500.000? Das besprechen wir jetzt. Zu Gast ist, ich freue mich sehr, Hans-Arno Klöp, Geschäftsführer der Querschießerunternehmensberatung mit Sitz in Xanten am Niederrhein. Er hat sich angeschaut, wie sich der Installationsprozessor einer Wärmepumpe optimieren lassen könnte, als einen Schritt, um der Arbeit herzuwerden. Hans-Arno Klöp, wir sind gespannt und meine Damen und Herren, ein bisschen tapfer müssen jetzt Sie alle im Publikum sein, vermute ich. Aber viele von Ihnen kennen ihn, er sitzt in vielen Beiräten von Unternehmen und Organisationen Ihrer Branche. Hans-Arno Klöp, los geht's. Ihre Bühne, bitteschön. Ja, vielen Dank. Also, ja, ich soll Ihnen Mut machen, dass wir die 500.000 Wärmepumpen schaffen. Okay, ich betreibe eine Unternehmensberatung mit eigener Marktforschung und wir haben Folgendes gemacht, wir haben aus der Grundgesamtheit der 50.000 SAK-Handwerker 400 befragt, wie sie ihr Wärmepumpengeschäft organisiert haben. Für einen Stiefelbein, der ist ja Mathe-Fan, Grundgesamtheit 50.000, Konfidenzniveau 95 Prozent, Stichbrummengröße 400, ist Fehlermarge unter 5 Prozent. Also, ein ordentliches Ergebnis. Ich habe nur eine einzige Folie dabei, also Sie können gleich hier die Handys hochreißen, als wäre hier ein Rockstar auf der Bühne. Ich bitte mal, nee, muss ich selber machen, ne? Da ist sie. So, also, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben den Prozess einer Wärmepumpeninstallation in Hauptblöcke zerlegt, so wie wir uns vorgestellt haben, dass das da draußen passiert, beziehungsweise wie man uns das gesagt hat, wie es da draußen passiert. Wir haben dann Unterschritte eingerichtet und haben dann erst einmal gefragt, in welchem Maße nimmst du denn die Services von den Herstellern? Ich sage ja, die Hände gehen alle hoch. In welchem Maße nimmst du denn die Services der Hersteller in Anspruch? Und Sie finden dann in der Spalte Supportquote, finden Sie den Anteil der Handwerker, die in dem Interview gesagt haben, ich lasse mir hier in dem Schritt schon von der Industrie helfen. So, und wenn Sie mal schauen, die Peaks haben wir beim Massenauszug, bei der Anlagendimensionierung. Einen weiteren Peak haben wir unten bei der Inbetriebnahme. Wir haben aber auch dünne Felder, wo es um die kaufmännischen Dinge geht, Angebotsverfolgung etc. Die Botschaft hier an der Stelle ist, das Wärmepumpengeschäft ist ein eng verwobener Zopf, ist ein eng verwobener Zopf zwischen den Wärmepumpenherstellern und den Handwerkern. Und es kursieren ja im Moment so ein bisschen so Konzepte durch die Landschaft, wenn es darum geht, Leute an die Wärmepumpe heranzuführen, entsprechend auszubilden. Die haben so ein bisschen das Niveau junger Mann zum Mitreisen gesucht. Also ich möchte hier schon mal darauf hinweisen, diejenigen, die sich konzeptuell an solche Sachen heranwagen und glauben, sie könnten an der Stelle dann viel Gutes tun für die Branche, denen würde ich empfehlen, auch nochmal prozessual an das Ding ranzugehen. Denn wenn wir hier feststellen, dass sich diese Verwebung zwischen Herstellerleistung, Handwerkerleistung, dass die bleibt. Wenn wir also permanente Schwimmbahnwechsel haben, was den Prozess angeht, dann werden wir an der Stelle auch, müssen wir das in den Schulungskonzepten, die dann gedacht werden, berücksichtigen. So und dann haben wir mal nach der Zeit gefragt, wie viel Zeit geht denn drauf? Eine Kundenanfrage, Kunden, also die Auftragsgewinnung ist drei Stunden Arbeit, die Beratungsgespräche sind dann doch noch übel, auch wenn jetzt alle eine Wärmepumpe haben wollen und dem Handwerker die Bude einrennen, haben wir doch noch einen Beratungsbedarf. Dann haben wir zehn Stunden Arbeit, also die Industrie ist mit einem Viertel dabei. Es ist tatsächlich so, dass einige Anbieter am Markt schon für den Handwerker das Beratungsgespräch führen. Also der Handwerker geht gar nicht mehr hin zum Kunden, weil er weiß, dass er vielleicht nicht alle Fragen beantworten kann und schickt dann den Industriemann dahin. Dann haben wir die Phase der Angebotserstellung, da geht es also um Rechnen, die Anlage auslegen etc. Hier haben wir eine hohe Outsourcing-Quote, das heißt zehn Stunden steckt der Handwerker bei einer Wärmepumpe selber rein, vier ein Viertel kommen von der Industrie. Das heißt, man kann schon erkennen, wenn es um Rechnen, Effizienzen, Nachweisen etc. geht, dann haben wir doch ein Outsourcing-Interesse in Richtung Hersteller. Dann kommt die Installationsplanung, da ist der Handwerker zum Teil alleine, zum Teil aber auch bei der Montageplanung, also beim Zeichnen von Strangsteamata etc. hat er dann wieder Hilfe. Die Installation selber ist natürlich seine Domäne, der Handwerker ist Handwerker. Wir haben hier 39 Stunden gehender Flöten, das ist ja der Engpass, an dem wir leiden. Daumenformel von uns ist die Wärmepumpe, kostet doppelt so viel Zeit wie ein Brennwertgerät. Und wenn wir halt rechnerisch, wenn Sie mal hochrechnen, wir haben so um die 920.000 Wärmeerzeuger gehabt letztes Jahr, wenn Sie mal hochrechnen, davon waren glaube ich 160.000 Wärmepumpe und dann kommen Sie auf einen rechnerischen Wert von knapp über 1,1 Millionen Institutionseinheiten. Und wenn Sie jetzt mal nur Lissien-Müller-Logik, also Bauernallgräber anwenden und sagen, wir haben 500.000 Wärmepumpen, die kosten doppelt so viel Zeit wie ein Brennwertgerät, dann wären schon eine Million von den 1,1 Millionen rechnerischen Montagekapazitäten weg. Also das heißt, wir haben hier ein Problem, bei fortschreitender Wärmepumpe kriegen wir einen Rückschlageffekt, dass sogar Geräte, die eigentlich ausgetauscht werden könnten, nicht mehr ausgetauscht werden, weil die Kapazitäten nicht da sind. Also wie gesagt, hier bei der Montage kann man erkennen, hier tut es richtig weh. Ganz spannend ist immer mal wieder ein Blick nach links, wo wird ausgezurst. Da kann man schon erkennen, dass die Regierungsprogrammierung nicht das meist das Liebling ist. Also hier nimmt er dann doch den Industrieservice in Anspruch. Dann kommt der Bereich der Inbetriebnahme. Hier ist auch sehr stark die Industrie schon involviert mit fünf Stunden beim Handwerker und mit fast der gleichen Zeit im Bereich der Industrie. Und dann haben wir zum Schluss dann noch den Nachservice, also After-Sales, Wartungsverträge vorschlagen und solche Sachen. Hier ist der Handwerker dann nochmal mit drei Stunden belästigt und die Industrie mit einem Viertel, sodass wir, und hier ist die magische Zahl, kommen wir auf im Moment, wo gemerkt einfache Montage, wir können nachher noch differenzieren, wo es hingeht, kommen wir auf ungefähr 80 Stunden, die die Wärmepumpe frisst und davon steckt dann fast schon ein Viertel im Bereich der Industrie. Und hier wieder meine Botschaft an die Leute, die Schulungskonzepte entwickeln, die Leute, die Prozessketten für die Wärmepumpeninstallation entwickeln. Achten Sie insbesondere auf die erste Spalte auf dieses zopfartiges Verweben, verwebt dann der Handwerker mit den Herstellern. Wenn Sie das unterschätzen, dann produzieren Sie Lerninhalte und Prozessketten, die an der Realität des Marktes vorbeigehen. So, jetzt gucken wir uns an in der rechten Seite der Folie, mit welchen Hebeln können wir denn arbeiten. Natürlich ein Hebel ist die Digitalisierung, die wird ja von allen, wie soll ich das sagen, propagiert und jeder versteht auch unter Digitalisierung was anderes. Der Handwerker freut sich, wenn er seinen neuen Nadel-Matrix-Drucker austauscht. Die anderen wollen prozessuale Unterstützung. Das heißt, hier an der Stelle haben wir aber durchaus Möglichkeiten zu digitalisieren. Das heißt, der Datenaustausch, insbesondere der prozessuale Datenaustausch zwischen Hersteller, vielleicht auch Handel und dann Handwerker, der kann sicherlich noch besser gestaltet werden. Wir haben kleinere Substudien dazu gemacht. Wir sehen hier in dem Bereich zwischen einem schlecht organisierten Handwerker und einem digital sehr gut organisierten Handwerker im Bereich der Wärmepumpe ein Einsparpotenzial von 18 Stunden. Also das einfach, weil es besser ineinander greift, weil es besser fluppt, weil die Dokumente da sind, wo sie sind und weil die Instrumente, die ja zum Teil schon verfügbar sind und von der Industrie zur Verfügung gestellt werden, dann auch angesetzt werden. Dann haben wir den großen Bereich Fit and Forget. Wir hatten für ihn also diese vorintegrierten Produkte. Ich habe mit dem Geschäftsführer von der Münchner Innung, da waren wir im Oktoberfest, haben wir nach ein paar Bier, habe ich eine Wette gemacht und habe gesagt, die komplizierteste Frage bei der Meisterprüfung in zehn Jahren ist, wie bediene ich einen Bajonettverschluss? Da haben wir noch beide hämisch gelacht. Nee, aber der Punkt ist der, ich glaube, wir werden nur klarkommen auf der Baustelle, wenn wir tiefer integrieren, wenn wir vorintegrierte Produkte haben, wenn die Verteiler zum Beispiel, das müssen smarte, selbstregende Verteiler sein, da darf jetzt nicht ein Handwerker da noch rumfummeln, da am Verteiler Ventilchen setzen, so ein Gedöner muss vorintegriert sein, dass wirklich Plug and Play, Fit and Forget möglich ist. Hier sind große Möglichkeiten, auch hier nochmal an die Träumerchen im Saal, die immer vom hydraulischen Abgleich reden und doch nicht wissen, was los ist. Ey Leute, guckt mal, aus welcher Zeit wir kommen. Wir kommen aus Fossil. Das Brennwertgerät war eine Nummer zu groß, weil der Handwerker die Daten aus erster Hand hatte. Der hat sich aus dem Daumen gesogen. Die Pumpe war zwei Nummern zu groß, damit auch der letzte Heizkörper noch volle Backen kriegte. So, was hat der für Balance Ventile eingebaut? Maximalbegrenzer. Das ist das einzige Ding, was Sie in einem Wärmepumpen-Kreislauf nicht brauchen. Maximalbegrenzer. Also die ganze Hydraulik-Story geht nochmal krachend den Bach runter. Aber wie gesagt, hier an der Stelle brauchen wir vorintegrierte Produkte. Wir können dem Kunden und dem Handwerker nur helfen, wenn tatsächlich der Installationsaufwand so niedrig wie möglich ist. Mein Fan oder ich glaube, dass wir sehr viel erreichen werden, wenn die smarten Verteiler kommen. Das heißt, die machen digitalen, automatischen, permanenten Abgleich. Dann haben wir Effizienzquote von 100%. Auch hier gibt es Subuntersuchungen von uns. Bis zu 22 Stunden kommen aus dem Bereich vorintegrierte Produkte und einfaches Montieren. Dann haben wir den Feldservice. Also auf der Baustelle oder dem Handwerker zur Hand gehen. Ja, sind kleinere Dinge, die da anstehen. Ich persönlich würde sagen, hat auch zwei Seiten. Hier haben wir auch Geschäftsmodell-Aspekte. Ja, also der Handwerker ist Handwerker. Ich würde als Handwerker niemals dauerhaft meine Ressourcen outsourcen oder meine Kernkompetenz outsourcen. Das heißt, ich würde schon, tut der Industrie jetzt hier weh, ich würde schon sagen, ich lasse mir sporadisch helfen, wenn ich Engpässe habe. Aber grundsätzlich würde ich schon als Handwerker darauf achten, dass meine Kernkompetenz oben bleibt. Hier haben wir in Subuntersuchungen gesehen, es sind bis zu sechs Stunden zu holen, wenn man sich dann auf einen Feldservice einlässt und dort dann bestimmte Dinge durch die Industrie machen lässt. Und der letzte Bereich, der wird total unterschätzt. Der wird aber sicherlich in den nächsten Jahren enorm wichtig sein. Ich habe das mal genannt, neue Werkzeuge. Da ist zum Beispiel ein Projekt vom Zentralverband hier, Exosklette. Exosklette werden dem Handwerker das Leben einfacher machen. Das wird den Ablauf verändern. Da sind aber auch so Konzepte wie Augmented Reality-Brillen und solche Sachen sind drin. Das heißt, hier an der Stelle geht es einfach um die Mühsal auf der Baustelle zu reduzieren oder aber mit Leuten zu montieren, die nicht unbedingt das komplette Wissen haben müssen. Also ich sage mal so, eine Wärmepumpe könnte ja für einen SHK-Monteur auch wie eine Mikrowelle sein. Man nutzt sie jeden Tag, aber man weiß nicht, wie sie funktioniert. Also das heißt hier an der Stelle auch nochmal große Einsparpotenziale im Bereich der neuen Instrumente. Und hier ganz spannend, wenn wir zum Beispiel, also ich bin ein Fan, ich war ja auch vor dem letzten Mal, als ich hier war, war euer Projekt hier vom Zentralvalverband über Handwerker 4.0. Da ging es um Exosklette. Ich finde das faszinierend, welche Möglichkeiten da entstehen. Und ich glaube, dass hier an der Stelle dann auch nochmal über Aufgabenteilung innerhalb der Fachschiene gesprochen werden muss. Weil zum Beispiel Exosklette kannst du nur über Antischambrieren auch im medizinischen Bereich hinkriegen. Da kannst du als einzelner Handwerker oder als Industrie, man kann es da wenig wuppen. Das muss schon auf Verbandsebene oder auf Branchenebene passieren. Also wie gesagt, hier an der Stelle hätten wir dann nochmal ein Potenzial von 10 Stunden. Heißt, wir kommen oder wir haben ein Einsparpotenzial, wenn wir über die vier Achsen arbeiten von bis zu 56 Stunden. Damit wären wir rein rechnerisch ein Schnaps unterm Brennwertgerät. Wobei natürlich diese ganzen Prozesse und die Prozessvorteile, die wir hier erleben, wären natürlich dann auch auf fossile Techniken übertragbar. Also so gesehen haben wir dann schon ein höheres Niveau des Wettbewerbs, aber auch ein höheres Niveau der Leistung. Das heißt, meine These und dann komme ich zum Ende meines sagenhaften Foliensatzes, bestehend aus einer Begrüßungsfolie und einer Tabelle. Wir haben zu viel Zopf. Wir haben definitiv zu viel Zopf. Wir haben zu viel Schwimmbahnwechsel. Jedes Mal müssen Daten überspielt werden vom Hersteller an den Handwerker. Es muss koordiniert werden. Fährst du hin, fahr ich hin und so weiter. Das wird wehtun. Das wird wehtun. Da müssen wir aufräumen. Da müssen wir wirklich aufräumen und uns angucken und sagen, okay, manche Dinge wollen wir dann bei dem lassen, wenn er es vielleicht auch langsamer macht, aber der Wechsel kostet mehr Zeit, als wenn einer, der es vielleicht nicht ganz so gut kann, macht. Dann ganz klar, Brainware verlangt Exzellenz. Die Wärmepumpe ist im Vergleich zum Brennwertgerät, was die Rechenleistung des Handwerkers angeht, kritisch. Und hier an der Stelle muss die Brainware sichergestellt sein. Das verlangt Exzellenz. Das ist nicht einfach damit getan, einfach zu sagen, okay, wenn mal alle Handwerker mitmachen, dann klappt das auch. Das klappt nämlich nicht. Also nur mal kleiner Ausflug. Wenn wir uns den Markt angucken, wir haben im Moment im Durchschnitt 18 Brennwertgeräte durchschnittlich pro Handwerker. Bei 18 Brennwertgeräten kommst du alle drei Wochen beim Handwerker vor. Da kannst du eine Lernkurve drauflegen, da kannst du Erfahrungen gewinnen, kann es schnell werden. Im Moment haben wir, wenn wir uns angucken, die Gesamtabsatzmenge Wärmepumpen, 200.000, schnapp es rauf, schnapp runter. Und wir haben ungefähr 35.000, die Miet machen. Das heißt, du kommst auf sechs Geräte im Jahr, alle zwei Monate. Bei alle zwei Monate im Jahr kannst du keine Lerngewinne generieren. Das heißt, die ganzen Learning-by-Doing-Effekte, die Produktivitätsfortschritte, die wir bei Brennwert schon alle durchgelaufen haben, die müssen wir bei Wärmepumpe noch holen. Deswegen meine These, Neuhandwerker zu akquirieren, ist ganz nett. Aber wenn ich Vertriebsleiter bei der Wärmepumpe-Industrie wäre, würde ich erstmal versuchen, meine Kunden, die jetzt schon kaufen, auf die Schwelle von 18 Geräten pro Jahr zu bringen, damit dort Lerngewinne entstehen und das Ganze wie ein Boxenstopp bei Formel 1 abgeht. Also wie gesagt, hier haben wir Exzellenzverlangen. Wir haben hier neue Geschäftsmodelle, Feldservice, wir haben eine vorwärtsintegrierende Industrie, das geht zu Lasten der Marge im Handwerk oder aber muss fair geteilt werden. Wir haben neue Dinge, die gehen, die verlassen die Fachschiene, gehen aber nicht ohne Fachschiene, ist auch ganz interessant. Und am Ende frohe Botschaft, wir kriegen es hin, aber nicht bis 2024. Da würde ich jedem jetzt erstmal die Luft aus dem Schlauch lassen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hans-Arno Klöpp, ganz herzlichen Dank. Es geht und wie es dann genau geht, das diskutieren wir gleich.